In diesem Video geht es um die besten Fahrradrucksäcke. Der Qualitätssieger in unserem Fahrradrucksack-Test geht an den SP-Good Fahrradrucksack. 20, 25 oder 30 Liter genug ist genug. Hergestellt aus wasserdichtem und reißfestem Nylon-Material, das robuster und langlebiger, ultraleicht und langlebig ist. Der Rücken ist mit Mesh-Eva ausgestattet, um den Luftstrom zu verbessern. Die Schultergurte sind speziell mit Mesh-Material gefüllt, um Stress abzubauen und den besten Komfort zu bieten. Verstellbarer Schultergurt-Brustgurt-Hüftgurt zur Erhöhung der Stabilität des Fahrradrucksacks. Trinksystem-Kompatibilität Am Schultergurt befindet sich ein verstecktes Trinksystem für Trinkblase. Trinkblase nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können Wasser trinken, während Sie Fahrrad fahren. Der Rucksack enthält auch Fronttaschen, Seitentaschen, Handytaschen, Regenschutz, Helmabdeckung und ein multifunktionales Design, Ihren verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden. Der Fahrradrucksack hat reflektierende Träger. Das Licht wird reflektiert, um die Sicherheit beim Fahren in der Nacht zu gewährleisten. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der VB Iger Fahrradrucksack. Mit der großen Kapazität von 15 L und angemessenen Fächern, ermöglicht es Ihnen, Ihre Sachen geordnet zu setzen. Dieser Fahrradrucksack hat S-Shade-Schultergurte und Hüftgurt passt sich jedem Kunden perfekt an. Atmungsaktiver Rücken- und Hüftgurt sind mit Mesh-Material gepolstert für optimalen Komfort. Dieser Trinkrucksack-Wasserdichter besteht aus wasserdichtem Nylon und ist mit einem wasserdichten Bezug ausgestattet, so dass Sie den Rucksack auch an schweren Regentagen tragen können. Wunderbare Kombination, ausgestattet mit einem elastischen Helmnetz. Platzsparend und praktisch, perfekt zur Aufbewahrung Ihres Fahrradhelms. Dieser Sportrucksack mit reflektierenden Streifen sorgt für Ihre Sicherheit beim Joggen oder Radfahren bei Nacht. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Fahrradrucksack-Test ist der Windchaser Fahrradrucksack. Der Rucksack wurde ergonomisch entwickelt und kann perfekt an die Doppel-S-Form der Wirbelsäule anpassen. Mit dem Brustgurt und Hüftgurt kann der Rucksack beim Fahren am Körper sehr gut befestigt werden. Damit wird er sogar bei der Kurve nicht schütteln. Auf dem Schultergurt wird ein verdeckter H2O-Ausgang für Trinkblase ausgestattet. Sie können jederzeit auch wenn beim Fahren Wasser trinken. Kann als Trinkbeutel verwendet werden, geeignet für 2 Liter Wasserbehälter, spezielles Lochdesign für Wasserbeutel, 2L-Trinkbeutel nicht enthalten. Verstellbare Schultergurte und Hüftgurte passen sich Ihren Bedürfnissen beim Radfahren, Joggen und Laufen an. Geeignet für Herren und Damen, bitte wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe, leicht und langlebig. Dank des Federungssystems kann der Luft beim Fahren von oben nach unten fließen. Damit sorgt der Rucksack den ganzen Tag für ein wohltuendes frische Gefühl. Dieser ultraleichte Fahrradrucksack ist sportlich, dynamisch und fügt sich nahtlos in Funktion und Ergonomie ein. Große U-Formöffnung mit Reißverschluss ist praktisch für Sie, Ihre Gegenstände herauszunehmen. Mehrere Aufbewahrungsmöglichkeiten im Vorderfach In der Netztasche können Sie Kleinigkeiten wie Schlüssel, Münzen speichern. Die Reflexstreifen auf dem Schultergurt dient dazu, ruhig und sicher beim Radfahren im Nacht sicherzustellen. Ideale Sporttasche für Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren, Joggen, Bergsteigen und Laufen und so weiter. Dieser kleine Rucksack kann als ein treuer und vielseitiger Begleiter für Ihre Kurzreisen oder für Ihr Sporterlebnis verwendet werden. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.